Er kennt kein Erwarmen und vollstreikt auf einem anderen Level. Der Elite-Auftragskiller ist zurück. Nicht ganz freiwillig, dafür umso gnadenloser. Sie kidnappen seine Freundin, um ihn zum Auftrag zu zwingen. Ein ganz großer Fehler. Jessica Alba und Jason Statham. So wenig wie ich. In Mechanic 2 Resurrection. Sonntag 20 Uhr exklusiv auf Teleclub Cinema.